Das ist eine wunderbare Meditation, Zweiherzmeditation heißt es, vom Grand Master Chokokshui. Wenn man diese Meditation übt oder praktiziert, erst einmal ist es innerer Frieden, innere Freude. Wenn du inneren Frieden in dir hast, du schaust Frieden überall. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du innere Freude, innerer Frieden und innere Ruhe hast, du bist auch sehr, sehr ruhig, auch in deinem täglichen Leben. Weil unser tägliches Leben ist sehr, sehr hektisch. Wenn wir unser tägliches Leben schauen, alles ist systematisiert und sehr, sehr schnell und sehr, sehr hektisch. Aber da brauchst du eine Klarheit und innere Ruhe. Mit dieser Zweiherzmeditation, man entwickelt diese so viele positive Sachen in uns. Als so schöne Meditation, man aktiviert unser Herzenergiezentrum, man ist verbunden nach oben mit eigener, höherer Energie, das manifestiert körperlich. Wenn das manifestiert körperlich, du hast sehr viel Freude und Frieden. Eine tolle Meditation, ich persönlich empfehle, Eder, diese Meditation zu lernen und zu üben und weiterzugeben zu Mitlebewesen. Nicht nur ich bin selber glücklich. Ich möchte schauen, dass andere Menschen sind auch glücklich. Und das ist sehr, sehr wichtig, diese Meditation, Friedensmeditation, weiterzugeben, weiterzuverbreiten. Ich freue mich für diese wunderbare Frage über Zweiherz. Das liegt in meinem ganzen Herzen, dass Eder kann praktizieren, diese Meditation. Namaste.